Hallo und willkommen. Ich habe eine Frage. Sind Apologeten normal? Ein Theist, also ein Apologet für einen der Götter, der kommt zu mir und sagt, er habe fünf Argumente, die beweisen, dass sein Gott existiert. Und er spielt diese fünf Karten und deckt sie selbstbewusst nacheinander vor mir auf. Noah stellt sich dabei heraus, die Karten sind schwache Karten und ich halte fünf Trümpfe. Er zieht also unverrichtete Dinge wieder ab mit hängendem Kopf. Einige Zeit später kommt er wieder und behauptet, er hätte fünf Argumente, die beweisen, dass sein Gott existiert. Okay, ich bin ja immer bereit zuzuhören. Er spielt also nacheinander seine Karten. Nun sind das genau dieselben Karten. Genau die Karten, die er das letzte Mal schon vorgebracht hat. Wobei er doch weiß, dass seine Karten schwach sind und die bereits übertrumpft wurden. Trotzdem legte sie mir vor, hoch erhobenen Hauptes und in freudiger Erwartung des Ausgangs. Aber natürlich geht es genau wie letztes Mal und er zieht wieder enttäuscht ab. Ist das normal? Warum sehe ich jedes Mal wieder, dass Apologeten längst widerlegte Argumente vorbringen? Warum kommen sie überhaupt, wenn sie doch richtig miese Karten haben? Warum legen sie die überhaupt auf den Tisch, wissend, dass ich die widerlegen und übertrumpfen kann und werde? Ignorieren die bewusst, dass wir mittlerweile einen kollektiven Wissenspool haben, nämlich das Internet. Und es idiotisch ist, heutzutage anzunehmen, dass keiner weiß, wie schwach die Argumente dieser Apologeten sind. Ist das normal? Wissenspool 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 Wissenspool